Hallo liebe Hockey-Leute! Wie ihr seht, ich bin hier gerade im Gisela-Gymnasium im Sportunterricht von der 10. Klasse und versuche unsere Sportart ein bisschen bekannter zu machen, indem wir hier so eine kleine Hockey-Einheit mit den Mädels machen. Eine schöne Möglichkeit, viele Leute vom Hockeysport zu überzeugen, ist auch die Dokumentation, die Becks gerade bearbeitet. Das Projekt Ecken im Schuss Gold solltet ihr auf jeden Fall unterstützen. Ich stehe voll dahinter, habe es auch schon unterstützt und ich hoffe, dass noch viele, viele weitere dazukommen, denn es ist eine einmalige Chance, unserem Sport die richtige Bühne zu finden.